So, ich fängt jetzt gerade an zu regnen und ich habe mir jetzt gerade Schutz unter diesem Baum hier gesucht. Und ich habe jetzt gerade hier mal einen Müllsack aufgebaut, damit ich mich, solange der Regen noch da ist, auf diesen Müllsack draufsetzen kann. Und ich fängt jetzt gerade an, noch mehr zu regnen. Es regnet hier die ganze Zeit, schon über eineinhalb Stunden oder so. Und das will nicht aufhören. Und deswegen, wenn das nicht gleich aufhört, dann werde ich mich genau hier hinlegen und genau hier im Müllsack schlafen. Genau, das werde ich gleich machen. Weil dieser Baum hier vorne, der ist voll cool. Der bietet Schutz und deswegen werde ich genau hier im Müllsack schlafen. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe im Müllsack geschlafen. Es klappte gut. Es war zwar ein bisschen frisch und ein bisschen feucht, aber ich muss sagen, es hat gut geklappt. Es war richtig geil gewesen. Ich habe sogar noch nicht mehr gefroren. Also ich muss sagen, wenn man kein Schlaf-Site-Up dabei hat, dann sind Müllsäcke so richtig geil. Also zumindest, wenn das Wetter nicht zu kalt und zu feucht ist, dann sind die so richtig zu empfehlen. Das sind keine Ahnung, wie viele Liter Müllsäcke, aber es sind Schwerlast-Müllsäcke. Die kann ich richtig geil empfehlen dafür.